Hallo und herzlich willkommen meine lieben Gold und Silberfreunde zu einem neuen Video. Im heutigen Video sprechen wir über die 1 Gramm Goldbarren. Es wird spannend, bleibt also dran und wir sehen uns gleich nach dem Intro. Ja meine lieben Zuschauer, sprechen wir also heute über den 1 Gramm Goldbarren. Ihr habt schon wie in der Einführung gesehen, ich habe hier einige 1 Gramm Goldbarren, insgesamt 10 Stück da davon, aber wir möchten nicht über das Gesamte sprechen, sondern allgemein über den 1 Gramm Goldbarren. Was kann man zum 1 Gramm Goldbarren sagen? Goldbarren ist natürlich auch immer ein schöner Gegensatz zu den Goldmünzen, auch immer eine Investition wert. Bei den Goldbarren gibt es immer wenige, die was dann auch mit Aufpreisen oder Wertsteigerungen zu tun haben. Wie bei den Münzen natürlich anders, da ist das Motiv natürlich immer entscheidender, denn das kann immer diese Wertsteigerungen hervorrufen. Bei den Goldbarren ist das Ganze immer ein bisschen einfacher, deswegen sind die oft auch immer einen kleinen Tick günstiger. Und wenn jemand sagt, ich möchte eigentlich hauptsächlich in Gold investieren, ist natürlich immer ein Goldbarren eine gute Wahl. Das Schöne auch bei den Goldbarren ist immer, dass wir von den Größen und von den Einheiten her es viel leichter zu rechnen. Das ist deswegen besonders für Einsteiger, sind Goldbarren immer die bessere Wahl, denn ich habe hier immer ein Gewicht draufstehen, das einfach auch einem logischer klingt, wie hier zum Beispiel ein Gramm. Und wenn ich dann hier diesen einen Gramm Goldbarren habe, dann kann ich auch, wenn ich zwei, drei habe, weiß ich, das sind drei Gramm. Wenn ich jetzt eine ganze Unze habe, dann habe ich natürlich 31,1 Gramm, das muss ich aber wissen. Und sobald ich dann aber runterrechne, ein halbe Unze, Viertel Unze, dann muss ich natürlich gutes Rechnen anfangen, das ist für manche immer sehr kompliziert. Deswegen hat zum Beispiel auch der China Panda nur noch die Gramm-Varianten eingeführt, dann ist es auch wesentlich einfacher zum Rechnen. Den Goldbarren, der fängt bei einem Gramm meistens an. Es gibt natürlich auch Goldbarren, die kleiner sind, aber ich sage jetzt mal, der Standard-Goldbarren fängt bei einem Gramm an und geht bis zu einem Kilo. Es gibt auch Goldbarren, die höher sind, das geht bis insgesamt 12,5 Kilo, das sind dann die größten Goldbarren, aber im Standard-Handel wird meistens nur bis zu einem Kilo verkauft. Das heißt, ihr habt hier einfach immer eine schöne Mengenangabe und könnt hier variieren von einem Gramm bis zu einem Kilo. Bei den Goldbarren ist es so, dass die kleineren Goldbarren natürlich etwas teurer sind im Aufpreis als die größeren Goldbarren. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ich jetzt einen 10 Gramm Goldbarren habe, muss ich den nur einmal prägen. Hierbei muss ich 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ihr versteht, was ich meine. Ich muss mehrere Goldbarren prägen und habe hier natürlich dann mehr Aufwand, auch Materialkosten. Und aus diesem Grund sind natürlich die 1 Gramm Goldbarren etwas teurer natürlich im Aufpreis, als wenn ich jetzt von 10 Stück einen 10 Gramm Goldbarren kaufe. Deshalb da einfach ein bisschen drauf schauen. Wenn jemand sagt aber, es geht nicht anders, weil ich mir das sonst nicht leisten kann, ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Denn euch muss immer bewusst sein, Gold ist Gold. Und wenn man Gold besitzt, dann fährt man immer richtig und immer gut und auch mit wenig Geld kann man auch in Gold investieren. Da habe ich auch schon Videos dazu gemacht. Gerne in der Playlist reinschauen. Da sage ich euch mehr dann dazu, wie man auch mit wenig Geld in die Goldbarren investieren kann. Denn man tut sich natürlich bei größeren Münzen und wenig Geld ein bisschen schwer. Deswegen ist sowas immer eine gute Investition. Wenn natürlich jemand sagt, monatlich will ich einfach mir ein bisschen Gold kaufen, dann kann man das mit diesem Goldbarren ganz gut machen. Diese Goldbarren, je nachdem wie der Goldpreis steht, zwischen 60 und 70 Euro. Momentan sind wir so bei 64 bis 65 Euro. Also das kommt natürlich aber auch immer ganz darauf an, von welchem Hersteller. Deswegen gehen wir jetzt mal auf den Hersteller ein. Wir haben hier die Firma Herreus. Herreus ist ein sehr bekannter Goldhersteller. Es gibt natürlich auch viele andere Hersteller, die ich hier jetzt nicht alle einzeln erwähnen möchte. Aber wir haben hier eben immer verschiedene Hersteller. Es ist aber egal, von wem ihr das nehmt. Manche haben dann verschiedene Größen von den Goldbarren. Einfach die sind dann nicht so länglich, sondern eher quadratisch. Es gibt auch manche, wie das Maplegramm zum Beispiel. Das ist dann ein Gramm. Das ist dann aber wieder in Richtung Münze. Die sind dann sehr klein und rund. Also da gibt es total verschiedene Varianten. Aber wichtig ist natürlich immer, dass auch das Gold dann da drinnen ist. Wir haben hier den Goldbarren in einer so schönen Blisterverpackung. Die Blisterverpackung ist einfach in der Hinsicht sehr, sehr gut, dass sie den Goldbarren schützt. Gegen Kratzer und gegen Beschädigungen. Und das ist natürlich auch wichtig, denn wir haben hier einen Feingehalt von 999,9. Und wir haben natürlich hier das Besondere, dass es dann ein Feingoldbarren ist. Und es sollte auch wirklich immer der Fall sein, dass wir hier einen Goldbarren haben mit einer so hohen Feinheit. Wir haben hier auf diesem Goldbarren auch nochmal dann, ich hoffe, dass die Kamera es gut nimmt, haben hier dann auch nochmal den Hersteller drauf und das Feingehalt von 999,9 und das Gewicht eben. Zusätzlich ist auf dem Goldbarren noch eine Seriennummer aufgeprägt, die auch hier unten auf der Blisterverpackung mit drauf ist. Das ist auch sehr, sehr gut für euch, denn ihr habt hier dann eine gute Möglichkeit, dass ihr dann sagen könnt, okay, dieser Goldbarren passt zu dieser Blisterverpackung auch einfach nur nochmal eine Sicherheit für euch. Aber es gibt natürlich immer Fälscher und Betrüger, die auch sehr gut fälschen. Aber normalerweise gibt es da jetzt keine großen Fälschungen oder da ist auch nichts Großartiges dann bekannt. Drehen wir das Ganze mal um. Wir sehen jetzt hinten auf dem Goldbarren nichts Besonderes mehr drauf, denn wir haben hier einfach nur ein Goldbarren, wo nichts aufgeprägt ist. Wenn wir jetzt einen sogenannten Kinebarren haben, habe ich auch schon Videos gemacht, gerne in der Playlist nachschauen. Da ist dann ein Hologramm hinten drauf, einfach nochmal ein Sicherheitsmerkmal und da steht dann noch Kinebarre drauf. Es ist einfach nur nochmal ein Sicherheitsaspekt für euch, aber auf das würde ich mich natürlich nicht immer zu 100% verlassen, aber es ist natürlich aufwendiger, das Ganze. Deswegen sind die Barren auch ein klein wenig teurer als die Standardbarren. Hinten steht auch nochmal drauf, dass wir 999,9er Feingold haben. Das Gewicht von einem Gramm und einfach als Zertifikat noch der Edelmetallprüfer als sogenannte Unterschrift. Und das ist das zu diesem Goldbarren in dieser Blisterverpackung. An sich eignet dieser Goldbarren einfach sehr, sehr gut. Besonders für diejenigen, die sagen, sie wollen etwas weniger anlegen und haben einfach weniger Geld dafür, dann sind die sehr, sehr gut. Besonders aber auch für den Krisenschutz eignen sich diese Goldbarren, da ich einfach den dann schön tauschen kann und muss dann nicht immer die großen Münzen irgendwie hergeben oder vielleicht sogar zersägen, zerschneiden, je nachdem. Aber wichtig an der Stelle auch Gold nur verkaufen, wenn es wirklich notwendig ist. Nicht einfach, wenn ich sage, ja, jetzt nehme ich einfach mal schnell den Goldbarren, denn Gold ist nicht so, dass es wie manche Aktien nach zwei, drei Wochen schon eine große Wertsteigerung hat. Aber Gold ist zurzeit einfach so, dass es immer mehr steigen wird, denn es gibt immer weniger Gold und deswegen eignet sich das sehr, sehr gut. Auch der Goldbarren ist in der Lagerung sehr angenehm. Ihr seht jetzt hier, wie gesagt, zehn Blister mit Goldbarren, insgesamt zehn Gramm. Ich kann das Ganze schön stapeln. Bei den Münzen ist es natürlich dann eher ein wackeligerer Turm. Auch hier natürlich, je mehr ich habe, aber ein bisschen besser das Ganze. Aber es nimmt halt auch ein bisschen mehr Platz weg, wenn ich diese Blisterverpackungen habe, als wie dann, wenn ich eine Münze habe. Das einfach nur noch mal berücksichtigen. Ansonsten eignen sich diese Goldbarren einfach sehr, sehr gut. Ich würde jedem empfehlen, im Portfolio ein paar dieser Goldbarren zu haben. Ich habe jetzt hier euch mal zehn Stück eben mitgebracht. Und die eignen sich wirklich sehr, sehr gut und sollten einfach bei jedem dabei sein. Wenn ihr Fragen habt zu dem 1 Gramm Goldbarren, schreibt die gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten war es das an dieser Stelle zu dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, lasst gerne noch ein Abo da. Ich sage danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video.